Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Zetzt ging es nurraschend. Das war die tunedung. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sie schickt sich an und kann es nicht fassen. Was geht hier vor? Was ist hier mit dir? Wie lange diese Umarmung, diese Küssen dauern, ist bei mir nicht klar. Regen hat Regina schon viele Küsse in ihrem Leben, aber macht nie einen solchen nicht hellen wollenden Kuss. Matthias kann nicht aufhauen. Er will dieses seelige Gefühl, dass er nicht kennt, auf keinen Fall hinterher gehen. Dann fährt Regina mit zu was bei ihm. Er hat mir auf 20 Meter genau geschrieben, was er alles mit Frau gemacht hat. Und die Größe in Zentimeter angeht. Nein, ich bin ein offener Mensch, ich schreibe offen. Und das wird dann oft so verstanden, man kann nicht auch alles machen. Also, das kann ich auch nicht machen, weil ich hast keine Frage. Ich denke nur, ja. Das beleidigt euch auch nicht, aber das habe ich auch keine Antwort. Bevor du meine freche Fragen stellst, dann habe ich noch ein bisschen zwei Minuten schon. Ich hatte ja noch ein bisschen Wind in die Seele. Ich spiele ein bisschen, das gibt es ja auch nicht. Warum denkt er denn? Alles dreht sich, dreht sich im Kreis und kommst du mal aus dem Gleisand. Was eben Erfahrung und halt unten war. Das schrecklich. Das schrecklich. Der Mensch an sich ist einsam und entverlassen zurück. Sucht man sich nicht gemeinsam ein kleines Stück von dem Glück. Das Glück, das man mit Füßen ein ganzes Leben lang trat hat. Das man mit ein paar Küssen plötzlich zu Hause hat. Eins und eins erst nach zwei. Ein Herz ist immer dabei. Und wenn du Glück hast, dann singst es zwei.